Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Flix. Heute bin ich hier wieder mit Theo und wir gehen wieder in die Innenstadt und spielen dort diesmal ein paar Pops-Fungs. Ja, gerade die Videos sind halt mega schön für die Erinnerung, weil die sind ja immer online und das ist richtig schön, dass Felix sich da Mühe gibt und die ganzen Videos schneidet. Also das ist auf jeden Fall eine super Erinnerung für uns. Musik 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 Schön, schön, schön. Musik 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 Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wir haben ein paar Stücke gespielt, das hat uns sehr Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall, es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Genau. Wir haben auch mit dem ganzen Händen fahren, mit dem Schlagzeug und so, das ist ja auch nicht gerade in zwei Minuten getan. Von daher, aber es ist immer eine coole Erinnerung. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das ja diesmal so gemacht. Ihr habt ja im Video gesehen, ich bin mit Zug in die Stadt gefahren, wo wir gespielt haben diesmal. Und ja, Theo ist mit dem Auto gebracht worden, mit dem Schlagzeug. Und danach wollen wir sogar noch essen. Ja genau, das war auch richtig cool. Wir sind jetzt auch noch am Plan für neue Projekte und für Neues, was wir machen wollen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ja, dann wünschen wir euch eine prächtige Zeit. Ciao. Ja. Ja.